Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jörg Brüggemann, ich bin Fotograf aus Berlin. Ich habe 2008 meinen Abschluss an der Hochschule für Künste in Bremen gemacht, bin seitdem freiberuflich, arbeite für Magazine in der Theaterfotografie, mache Kampagnen für das Deutsche Sinfonieorchester Berlin, mache aber auch viele freie Projekte, Ausstellungen, Einzelausstellungen, aber auch immer wieder Gruppenprojekte mit meiner Agentur Ostkreuz, bei der ich 2009 Mitglied bin und mittlerweile auch mit meiner Kollegin Anna Schön-Harting, Co-Geschäftsführer, wobei wir in unserer Agentur auf sehr, sehr vielen Schultern verteilt das alles zusammen machen. Und ich freue mich sehr, dass ich für das Experiment Heimat nach Unna eingeladen bin, weil ich ursprünglich aus Herne bin, also auch vielleicht nicht aus Unna oder Dortmund, indem ich jetzt mein Projekt gemeinsam mit Helene Bukowski mache, kommend aber natürlich als Kind des Ruhrgebiets die Menschen und die Region sehr gut kenne. und das nicht nur regional, sondern auch vom Herzen her meine Heimat ist, in die ich immer wieder gerne zurückkehre, die ich aber verlassen habe, weil ich eine zweite neue Heimat in Berlin gefunden habe. Und jetzt möchte ich gerne mein erstes Projekt vorstellen, das Same Same But Different heißt, mit dem ich 2008 meinen Abschluss an der Hochschule für Künste in Bremen gemacht habe, bei dem ich mich mit Backpacker-Kultur in Südostasien und Südasien auseinandergesetzt habe. Was natürlich auch auf eine Art und Weise was mit Heimat zu tun hat, weil dort viele Leute unterwegs sind, die vielleicht auch mal aus ihrer Heimat fliehen wollen. Ich bin nämlich zum Beispiel sehr, sehr vielen israelischen Backpackern begegnet, die nach ihrer Zeit im Militär ihr Land unbedingt verlassen wollten und das Geld, das sie dort verdient haben, genutzt haben, um zum Beispiel nach Indien, Thailand oder Laos zu reisen. Aber auch viele Deutsche haben ja vor Corona zumindest mit Rucksäcken die Welt bereist, um auch mal andere Länder kennenzulernen, andere Sichten auf die Welt kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen. Ich sprach jetzt gerade schon bei diesem Bild hier den Lonely Planet an. Diese Dame hat den in der Hand und das wird in der Szene manchmal auch die Bibel genannt, also zumindest damals, 2008, das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Heute sehen diese Bilder sicherlich ein bisschen anders aus. Die meisten Leute hätten wahrscheinlich Handys und Laptops in der Hand und würden darüber ihre Hostels buchen. Das war zu der Zeit in den Nullerjahren noch anders. Mich hat daran interessiert, dass so eine ganz eigene Art von Tourismusindustrie dort entstanden ist. Also wenn wir von einem Package-Tour, also einem All-Inclusive-Urlaub sprechen, dann kann man das auf eine Art und Weise auch auf die Backpacker anwenden, obwohl es Alternativ-Tourismus heißt oder Individual-Tourismus. Aber eben mit diesem Lonely Planet in der Hand oder jetzt heutzutage mit den entsprechenden Webseiten ist es einfach total einfach, durch Indien zu reisen und es gibt so eine richtige, ja auch genannt, Banana-Pancake-Trail, ein Track, der durch Indien führt oder auch durch Thailand und ländlich Laos, an dem man die gleichen Menschen immer wieder trifft. Und dieses Bild hier illustriert das vielleicht am allerbesten, auf dem man eben auch diese ganzen verschiedenen infrastrukturellen Angebote für die Backpacker sieht, also über das Guesthaus, zum Café, über das Taxi-Booking, das Internet-Café und die Movie-Night. Viele Backpacker versuchen dann sich, den kulturellen Geflogenheiten oder auch dem, was Menschen dort so tragen, anzupassen, wobei sie dann eine ganz eigene Mode entwickelt haben, die kein Inder wahrscheinlich so anziehen würde. Hier versuchen zwei auch noch mit den Fingern zu essen. Das ist ein Bild, das in Goa entstanden ist, wo die Kühe legendär dafür sind, dass sie am Strand kommen und den Touristen ihre Handtücher klauen wollen. Trotzdem war ich natürlich nicht komplett unsympathisierend mit den Backpackern, weil es mir immer noch lieber war oder lieber ist als ein Mallorca-Urlaub. Das ist jetzt in Laos entstanden. Da gibt es einen Fluss, wo man konnte, zumindest, das ist irgendwann auch zugemacht worden von der Regierung tatsächlich, weil zu viele Drogen dort waren, mit LKW-Reifen diesen Fluss runterfloten konnte und dann gab es überall Bars, an denen man Alkohol trinken konnte. Die zwei machen Yoga. Ich habe mich da sehr auch für diese Globalisierung dieser Jugendkultur interessiert. Es sind eben nicht nur Menschen aus Deutschland oder Israel, die da hingehen, sondern auch Australier, Amerikaner, Indien, auch viele Russen. Ich war aber zum Teil auch sehr stark frustriert damit, dass die Leute, die im gleichen Alter waren und aus den Ländern selbst kamen, also jetzt aus Indien, Thailand und Laos, dann eher auf der anderen Seite waren. Also es gab diejenigen, die bedient worden sind und diejenigen, die bedienten. Und unter den Backpackern immer so Gespräche geführt wurden, wie toll das doch ist, dass wir alle die gleichen sind und wir uns alle kennenlernen können, aber man auf dem Auge blind war, dass es eben doch auch eine hierarchische oder eine Form von Klassen gab gegenüber den Leuten, die local sind. Das ist jetzt auch in Indien, in einem touristischen Ort, die beiden im Vordergrund, sind als indische Götter aufgetreten und hinten sitzen zwei Backpacker, die weiterfahren wollen. Das ist in Laos auf einer geführten Elefantentour in Indien, in der Wüste Thar, auf einer Kamel-Safari. Das ist eine der berüchtigten Full-Moon-Partys auf Kupanjan in Thailand. Das war tatsächlich auch in Silvester. Da sind 20.000 Menschen ungefähr am Strand. Das ist an der größten Bar, die Tanzfläche. Und das ist am Morgen nach der Party. Dann kommen die Thailänder und räumen den Strand auf. Und aus dieser gewissen Frustration heraus, dass es zwar als globalisierte Jugendkultur bezeichnet wird von den Leuten selbst, aber eigentlich nicht so ist, habe ich dann mein zweites großes Projekt begonnen, das sich mit der Globalisierung von Heavy-Metal-Kultur beschäftigt hat. Das habe ich von 2009 bis 2012 oder 2011 fotografiert. 2012 ist dann ein Buch daraus entstanden, das im Gestaltenverlag veröffentlicht wurde. Und dafür bin ich in insgesamt neun Ländern auf fünf Kontinenten gewesen und habe vor allen Dingen Metal-Fans fotografiert, weil sie für mich die Metal-Kultur noch mehr als Bands repräsentieren. Und aus der Idee heraus, also aus der Beobachtung heraus und dann aus der Idee heraus, dass Heavy-Metal mittlerweile zu einem globalen Jugendkulturphänomen geworden ist. Und man kann, glaube ich, schon mit Fug und Recht sagen, dass wenn jemand sich eine Metal-Shirt überzieht, dann Teil von einem globalen Brotherhood, so wie ich das im Titel des Buches auch nenne, wird. Natürlich gibt es da schon auch noch den Unterschied zwischen den Geschlechtern, weil Metal eine doch auch sehr männlich dominierte Musikrichtung ist. Nichtsdestotrotz gibt es einige Frauen darin. Und es ist eben auch in Ländern wie in Indonesien, das muslimisch geprägt ist, ein sehr, sehr großes Massenphänomen. Es gibt es in Brasilien, ich war eben auch noch in Malaysia, in den USA, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Argentinien und in Ägypten. Wo dieses Bild hier entstanden ist, das war kurz nach der Arabischen Revolution, wo es eben auch kurzzeitig möglich war, solche Konzerte zu machen. Und ich fand eben den kulturellen Spagat, den diese drei jungen Frauen mit den Kopftüchern und den Devil Horns beim Konzert machen, extrem interessant. Das ist in Brasilien entstanden. Jemand, der Fan der Third World, der New Wave of British Heavy Metal ist. Auf einem Festival in Österreich. Das ist der Gitarrist und der Bassist der Band Death Vomit, einer indonesischen Death Metal Band, die sich vor dem Konzert warm spielen. Und das ist dann auf dem Konzert der Band in Indonesien. Das ist auch in Brasilien und das würde ich vielleicht mal als Bild nehmen, um kurz auch nochmal über das Thema Heimat zu sprechen. Denn dieser junge Herr hat einen Style, der an 80er Jahre Thresh Metal angelehnt ist. Und das ist eine sehr, sehr frühe Jugend- oder Kindheitserinnerung tatsächlich von mir aus den 80er Jahren. Ich bin in Herne im Ruhrgebiet groß geworden. Und damals war Heavy Metal ja noch, also auch im Ruhrgebiet, eine sehr stilprägende und sehr vorherrschende Jugendbewegung. Und die Jungs, die oft mit ihren Mofas am Straßenrand standen, die hatten genau diesen Style mit diesen super engen Jeans und den Pumperi Box und dem Fokuhila. Und in Brasilien hat dieser Style weiter überlebt. Also das ist für eine Erinnerung, die für mich auch irgendwo Heimat bedeutet. Und bei Metal ist es sicherlich auch so, dass diese Musikrichtung für viele Leute auch eine eigene Hart von Heimat ist. Und der Ort, an dem sich das vielleicht am allerbesten weltweit manifestiert, ist das Wacken Festival, das in Schleswig-Holstein jedes Jahr im Sommer stattfindet. Das größte Metal-Festival der Welt. Da kommen 80.000 bis 100.000 Menschen zusammen. Und ich habe in Indonesien mal mit einem indonesischen Metal-Head gesprochen, der meinte, ein guter indonesischer Metal-Head muss in seinem Leben zwei Reisen machen, eine nach Mekka und eine nach Backen. Und ich glaube, dass diese Aussage am allerbesten beschreibt, was ich mit diesem Projekt auch machen wollte. Also es geht darum, mit der Musik kulturelle Grenzen und religiöse Grenzen, soziale Grenzen zu überwinden und zu einer Art von Weltgemeinschaft zusammenzukommen, die dann eine neue Heimat bildet. Denn Heimat ist ja nicht nur der Ort, nicht nur etwas Geografisches, sondern auch ein Gefühl, etwas, das innen stattfindet. Und da kann Musik eben eine große Rolle spielen. Hier mal eine Abwandlung, wo es vielleicht ein bisschen problematischer wird. Also dieser junge Herr, den habe ich auf einem österreichischen Festival fotografiert. Der hat da so einige Zeichen an sich, die sich auf einen eher problematischen Heimatbegriff beziehen. Der hat um den Hals den Torhammer und als Gürtelschnalle die schwarze Sonne. Beide Symbole, die aus dem Germantum kommen, aber von den Nazis missbraucht worden sind. Wobei die schwarze Sonne, glaube ich, sogar von den Nazis mehr oder weniger erfunden worden ist. Also es ist alles so ein bisschen unklar, wie die Historie dieser Zeichen ist. Er hat mir relativ verständlich versichert, dass er sozusagen diesen Ideologien nicht anhängt. Und trotz alledem trägt er sie. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob er einfach nur ein Paganist ist oder ob da vielleicht auch irgendwas anderes dahinter steht. Hier sieht man, wie das bei Metal auch funktioniert. Denn Metal ist irgendwie doch auch ein bisschen mehr als nur ein Lifestyle. Es ist auch eine Musikrichtung. Es ist ein Lifestyle, der wird von Generationen weitergegeben. Hier ist der Vater mit zwei jungen Kindern. Ich glaube, die waren elf und zwölf bei einem Konzert an einer deutschen Metalband. Except in San Francisco in den USA. Das ist auch in Brasilien entstanden, das Bild. In Sao Paulo in der Innenstadt in einem kleinen Metalclub. Und das zum Abschluss ist ein Bild, das auf einem kleinen Konzert in der Bay Area auch in San Francisco entstanden ist. Ein weiteres Projekt, das sich mit dem Begriff Heimat im weitesten Sinne auch auseinandersetzt, ist MassAustral. Das heißt am südlichsten, auf Spanisch. Und ist entstanden im Kontext einer Gruppenausstellung meiner Fotografenagentur Ostkreuz, wo ich Mitglied bin. Wir haben in der CO Berlin eine Ausstellung gemacht, die hieß Die Stadt von Bern und Vergehen, wo wir uns mit urbanen Räumen im weitesten Sinne fotografisch auseinandergesetzt haben. Und ich bin zu der südlichsten Stadt der Welt, nach Ushuaia, auf Feuerland in Argentinien gereist. Und habe mich mit, aus diesen beiden Projekten, die ich auch vorher gemacht habe, kommend auseinandergesetzt mit Jugendkultur an diesem Ort. Denn, also das steckte in den ersten beiden Projekten ja auch schon drin und beim Metal vielleicht auch noch deutlicher. Diese Globalisierung ist nur möglich durch das Internet und auch durch Satelliten-TV. Also überhaupt zu wissen, dass es diese Musikrichtung gibt in dieser Masse, ist erst durchs Internet so wirklich möglich geworden. Und mich hat es interessiert, wie das ist, am Ende der Welt zu leben. Also wirklich buchstäblich am Ende der Welt. Die nächste Stadt ist 300 Kilometer entfernt. Danach kommt nur noch die Antarktis. Wie ist es dort, jung zu sein? Und ich musste feststellen, dass die Unterschiede mittlerweile einfach gar nicht mehr so groß sind, weil sich durch das Internet Jugendkultur unfassbar globalisiert hat. Und trotzdem haben diese Menschen eben diesen Ort als ihre Heimat. Es sind sehr viele junge Leute da, weil es eine Sonnehandelszone ist, wo sich relativ viel Industrie angesiedelt hat. Und dadurch viele junge Familien da hingekommen sind mit ihren Kindern. Und die meisten Menschen leben da auch sehr, sehr gerne, weil es auch für argentinische Verhältnisse relativ sicher ist und eben auch gute Arbeitsverhältnisse gibt. Und das war eben für mich so ein Bild, das ganz, vielleicht für das Projekt sehr entscheidend war, weil das eine Szenerie ist, die ich, glaube ich, an jeder Ecke der Welt schon mal gesehen habe. Diese BMXer oder Skater im Skatepark, auch die Kleidung, die sie haben, das ist vollkommen identisch in ganz vielen Teilen der Welt. Und auch dort habe ich Metalheads gefunden. Noch mal etwas ganz anderes in Bezug vielleicht auch auf Heimat, ist eine Arbeit, die ich 2015 tatsächlich in einem Auftrag vom SZ-Magazin fotografiert habe. Ich war mit einem Redakteur zusammen auf der Insel Koss, die 2015 im Fokus der Flüchtlingskrise stand, weil sie ganz nah an dem türkischen Festland ist und zu Griechenland gehört. Wir waren dort in einem Hotel, das einer deutschen Hotelmanagerin gehört. Und dieses Hotel lag an einem Strand, an dem tatsächlich morgens auch Flüchtlinge fast täglich angelandet sind. Und es ging in dieser Geschichte eben um diese zwei Welten, die aufeinander getroffen sind. Die deutschen Touristen, die dort ihren Urlaub machen, ihren Urlaub auch nicht mehr umbuchen konnten im Angesicht der passierenden Flüchtlingskrise und den Flüchtlingen, auf denen sie dort täglich getroffen sind. Also dieses Bild im Hintergrund, das Festland ist schon die Türkei. Hier kommt dann eben ein Boot mit wahrscheinlich pakistanischen, auf jeden Fall eher aus Südasien kommenden Flüchtlingen an, in einer fast biblischen Szenerie, ganz früh am Morgen. Und kurz danach war ich dann wieder eben zurück im Hotel, wo dieser junge Herr dann im Pool ebenfalls mit einem aufblasbaren Ring schwamm. Das ist in Kors City, wo viele Leute dann erstmal angelandet sind und gewartet haben, bis sie registriert wurden. Da ging es jetzt darum, das sind glaube ich vor allen Dingen iranische Flüchtlinge, die gegen die Bevorzugung der syrischen Flüchtlinge protestieren. Weil sie zum Teil wirklich wochenlang dort gewartet haben, dass sie auch Semplast auf Festland dürfen. Das ist jetzt wieder am Strand des Hotels, das ist eine deutsche Touristin. Und dieses Bild zeigt wahrscheinlich ganz gut die Absurdität dieser Situation, wenn auf dem Titelbild der Zeitung, die sie gerade liest, ein Bild von anlandenden Flüchtlingen sind, das eigentlich genau an diesem Strand hätte auch an diesem Morgen fotografiert werden können. Das ist in der Nähe eines verlassenen Hotels, das zu einem vorläufigen Flüchtlingslager wurde und es sehr überfüllt war und dieser Mann hat entschieden, dass er lieber draußen schläft. Das war bei diesem ebenfalls bei diesem vorläufigen Flüchtlingslager, bei der Essensausgabe. Rechts ist ein holländischer Tourist, der sich freiwillig gemeldet hat, um dort mitzuhelfen. Und der versucht, die schon auch sehr vorantreibenden Flüchtlinge, die schnell ans Essen ran wollen, zu organisieren. Das ist am Hauptstrand von Kost City. Ein Tourist, wahrscheinlich aus Kanada, fotografiert die Zelte der Flüchtlinge, die dort für einige Zeit eben erstmal warten mussten, bis sie auf Festland durften. Und im Hintergrund sieht man einige Flüchtlinge, die die Rettungswesten, die sie genutzt haben, um rüberzukommen nach Griechenland, behalten haben und jetzt benutzen, um schwimmen zu gehen, weil sie im Mittelmeer, weil sie nicht schwimmen können, aber die natürlich trotz alledem einfach auch das Mittelmeer genießen wollen. Genauso wie die Touristen zur gleichen Zeit. Das ist auch in diesem vorläufigen Flüchtlingslager in dem verlassenen Hotel. Dort gab es vier Duschen für ungefähr 800 Menschen. Und das ist der Pool von dem Hotel, in dem wir auch waren. Das ist einer der Touristen aus dem Hotel, der sich das dann mal in Kost City angeguckt hat. Und das ist im Morgen nach, in dem Flüchtlinge angekommen sind. Viele haben ihre Westen einfach liegen gelassen an dem Strand, an dem sie angekommen sind. Ein paar Stunden später kommen dann die Touristen und machen ihren morgendlichen Spaziergang und laufen an diesen Westen vorbei. Das ist eben auch ein Boot mit den Flüchtlingen rübergekommen sind, das sie am Strand gelassen haben. Nachdem ich sehr, sehr viele Projekte, wie wir gerade gesehen haben, viel im Ausland fotografiert habe, immer eigentlich auch mit einem Bezug auf mich selbst, also ich bin nie komplett in die Exotik reingegangen. Also bei den Backpackern hatte das immer auch einen Bezug zu mir, weil ich selber vorher auch als Backpacker unterwegs war. Die Metalheads hatten einen Bezug zu mir, weil ich auch als Jugendlicher im Ruhrgebiet schon viel Metalmusik gehört habe. Als ich die Flüchtlinge fotografiert habe, habe ich mich nicht nur ausschließlich auf die Flüchtlinge konzentriert, sondern habe eben auch über die deutschen Touristen mitgesprochen und die Konfrontation. Also es ist immer irgendwo etwas mit mir drin und trotz alledem wollte ich danach ein Projekt machen, über dem ich mich ausschließlich mit Deutschland beschäftige und auch in Deutschland fotografiere. Also vor die eigene Haustür gehe, mich mit meiner eigenen Heimat auseinandersetze und habe mich dann entschieden, als visuelle Metapher für dieses Projekt die deutsche Autobahn zu nehmen. Dieses Projekt habe ich fotografiert von 2014 bis 2019. Im letzten Jahr ist dann ein Buch daraus entstanden und auch eine große Ausstellung, die tatsächlich jetzt gerade noch in Mannheim eröffnet ist und im Sommer dann in Marseille eröffnet wird. Die Idee dahinter, dass die Autobahn sozusagen das monumentale Bauwerk der Deutschen ist, was den Ägyptern, die Pyramiden und den Franzosen, der Eiffelturm ist, ist uns vielleicht die Autobahn. Das Bauwerk, das Identität stiftet und Identität widerspiegelt und aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Zeit überdauern wird. Auch mit der Idee dahinter, dass es jetzt nochmal möglich ist, die Autobahn mit dem Verbrennungsmotor zu fotografieren, denn unsere Mobilität wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren grundlegend ändern. Sicherlich werden wir die Autobahn, solange wir Fahrzeuge, die mit Reifen betrieben, die auf Reifen laufen, weiterhin nutzen. Aber ich habe die große Hoffnung, dass wir eben auf E-Mobilität umsteigen und sicherlich wird auch das automatisierte Fahren sich über die nächsten Jahrzehnte durchsetzen und dann wird das Bild auf den Autobahnen sich sicherlich ändern. Ich habe mich bei diesem Projekt aber auch sehr stark auf die Infrastruktur konzentriert. Also was ist das für ein Bauwerk? Wie sieht es aus? Was ist das eigentlich auch für ein absurder Konflikt, der sich dort abspiegelt zwischen der zum Teil wilden Natur und dem von Menschen geplanten und gebauten? Bei dem Bild sehen wir jetzt auch zum Beispiel einen Wald, der gerade stark von einem Waldbrand beschädigt wurde und der Herder an der Seite, der misst es gerade ab, wie dort die Leitplanke dann auch neu versetzt werden muss, weil die auch verzogen war. Hier stehe ich auf einer Schalüberbauung an der A1 in Köln. Das ist ein Stück Autobahn auf der A20, das buchstäblich auf Sand gebaut wurde und dann abgesackt ist. Wuppertal Eine Installation Das ist ein Sauna und Spa in der Nähe von Jena mit Blick auf die Autobahn. Und natürlich steht die Autobahn auch im Ausland für Deutschland. Das hat natürlich einmal mit dem Dritten Reich und dem Ausbau der Autobahn damals zu tun, aber sicherlich auch mit dem Lied der Band Kraftwerk und der Tatsache, dass wir keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den deutschen Autobahnen haben. Das ist auch in Amerika, Japan, China und so weiter bekannt. Es kommen Touristen jedes Jahr, zumindest vor Corona, nach Deutschland und mieten sich dann gerne auch ein schnelles deutsches Auto, um einmal so schnell wie möglich auf der Autobahn zu fahren. Ich habe mich auch mit der Raserei deshalb beschäftigt, ich wollte aber nicht direkt irgendwie Unfälle zeigen, sondern habe eben versucht, dort auch dafür einen visuellen Code zu finden, wie auf diesem Bild oder auch auf diesem Bild, was ein Friedhof in der Nähe von Erlangen ist, der direkt an der Autobahn steht. Hier greife ich vielleicht auch nochmal diese Thematik mit den Flüchtlingen, auf, wenn wir dieses Bild sehen, wird bei uns allen wahrscheinlich auch die Bilder aus dem Flüchtlingssommer 2015 wieder in Erweckung gerufen. Damit wollte ich spielen, weil die Situation, die dort war, war eine ganz andere. Diese Menschen sind einfach nur auf der Autobahn mit ihrem Auto liegen geblieben und sind dann zur nächsten Abfahrt gelaufen, um sich dort ein Taxi zu suchen und irgendwie weiterzukommen, aber nur weil dort eben Menschen mit dunkler Hautfarbe entlang einer Straße laufen, haben wir sofort wieder diese Bilder im Kopf. Und das interessiert mich auch, wie Bilder denn eigentlich funktionieren und was sie hervorrufen. Das ist in Berlin-Tegel. Und hier ist das einzige Bild, das tatsächlich in meiner wirklichen Heimat entstanden ist, das ist in Herne am Autobahnkreuz 42-43. Ich bin nicht weit von da aus entfernt aufgewachsen und sicherlich eine Triebfeder für mich für dieses Projekt war auch die Kindheitserinnerung, die ich habe, eben anders spielen auf den Autobahnbrachen direkt, also auf den Brachen direkt neben der Autobahn, hinter der Schallschutzwand. Das war in Herne, da die Autobahn mitten durch die Stadt führt, jetzt nicht ungewöhnlich. Und eine zweite Kindheitserinnerung, die ich habe, ist im Urlaub mit der Familie zu fahren. Und das Erleben dieses Landesdeutschland war sicherlich dies das erste Mal für mich der Blick aus dem Autofenster und das ist die vorbeifliegende Landschaft hinter der Scheibe, hinter der Leitplanke. Und das sind Bilder, mit denen ich auch während dieses Projektes stark gearbeitet habe. Kommen wir zu einem etwas wirklich anderen Projekt, das in dem Jahr 2018 entstanden ist. Nachdem ich eben hier vorher jetzt sehr viele Projekte gezeigt habe, die sehr dokumentarisch sind, die Geschichten im Außen erzählen, wo ich mich mit vorhandenen Dingen auseinandergesetzt habe, habe ich mich über diesen Projekt stark mit meiner Innenwelt auseinandergesetzt. Ich bin im Sommer 2018 eingeladen, wir sind für eine Residenz in Valparaiso und habe dort einen Traum von meiner Mutter gehabt. Das war der erste Traum von ihr seit Jahren und ein sehr, sehr lebendiger Traum. Meine Mutter war elf Jahre vorher verstorben, als in Deutschland, als ich in einem Ort an der Küste, an der kolumbianischen Karibikküste war. Und nachdem ich diesen Traum hatte, habe ich entschieden, dass ich von Valparaiso ein weiteres Mal an diesen Ort nach Kolumbien fahren möchte, weil ich dort damals war, die Nachricht vom Tod meiner Mutter mich erreichte und ich eine Reise, die ich eigentlich geplant hatte, von dort aus natürlich sofort abbrechen musste, zurück nach Deutschland musste und schon kurze Zeit danach das Gefühl hatte, ich würde gerne an diesen Ort zurückkehren, um einen Kreis zu schließen für mich persönlich. Und dann war ich in Valparaiso, hatte diesen Traum und habe daraufhin dann entschieden, das Projekt, zu dem ich auch eingeladen war, im Rahmen dieser Residenz zu machen, eben auf dieser Reise 8.000 Kilometer von Valparaiso in den Parque Tayrona in Kolumbien mit dem Bus zu fotografieren. Ich war dann im Anschluss drei Wochen lang unterwegs in dem Bus, bin quasi die Ancordillere durch Chile, Peru, Ecuador und Kolumbien bis an die Karibik gefahren und habe mich auf dieser Reise noch einmal erinnert an das Leben mit meiner Mutter, an ihren Tod, an ihre lange Krankheit davor, an das Verhältnis mit meiner Familie, was das mit meiner Familie gemacht hat, was das mit mir gemacht hat. Und daraus sind Bilder entstanden, daraus sind ein tieferes Verständnis von Gefühlen entstanden. Vielleicht kann man es am besten damit erklären, was ja auch eigentlich relativ klassisch Traumatherapie ist, ist, dass ich einfach noch mal in das Trauma reingegangen bin, um ihn seinen Schrecken zu nehmen. Und mit der Hilfe, mit dem Katalysator der Fotografie, mir das zweieinhalb Jahre, nachdem ich diese Reise gemacht habe, für mich glaube ich auch sagen kann, dass es funktioniert hat. Ich habe dann am Ende wirklich Trost gefunden. Und während des Projektes habe ich mich eben stark mit dem Tod, aber auch mit Lebensfreude, mit der Idee des Elternseins, mit der Idee des Kindseins auseinandergesetzt, mit Trauer, mit Trost, mit Liebe, mit Tod. Ich glaube, alles Begriffe, die wir alle kennen, mit denen wir alle irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise eine Beziehung haben. Und Südamerika ist in dem Sinne für mich auch so eine Art zweite Heimat. Ich hatte ja vorhin schon ein Projekt vorgestellt, das ich komplett in Südamerika fotografiert habe, aber eben auch für die Metalheads war ich in Südamerika. Ich habe dort sozusagen für mich eine innere zweite Heimat. Zunächst, also erstmal war es eine geografische Heimat, an die ich gekommen bin, aber habe dort entdeckt, dass es ein Ort für mich ist, weil ich dort eine innere Heimat auch gefunden habe, weil ich mich diesen Menschen und dieser Kultur sehr, sehr verbunden fühle und dort tatsächlich einen Teil von mir, einen Teil meiner Persönlichkeit entdeckt habe und ausleben konnte, den ich nie so in Deutschland entdecken und ausleben konnte. Und deswegen bin ich diesem Ort auch wahnsinnig verbunden und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum dieses Projekt im Endeffekt dort über diesen Traum, den ich hatte, zu mir gekommen ist. Und als letztes möchte ich noch ein Projekt zeigen, das mir sehr am Herzen liegt. Also nachdem ich das Projekt Mimare Zelenobio fotografiert hatte, bin ich ein Jahr später im Herbst 2019 nochmal nach Chile zu dem Foto-Festival FIF, das ist das Festival International de la Fotografía Valparaeso eingeladen worden, um diese Arbeit dort auszustellen. Und drei Tage, bevor ich ins Flugzeug gestiegen bin, kam die Nachricht aus Chile, dass dort die sozialen Unruhen losgingen, die sich zunächst an der Erhöhung von U-Bahn-Ticketpreisen entbrannten, aber dann zu einem ganzen Flächenbrand über das Land wurde, wo sich eigentlich die komplette Bevölkerung, also zumindest die 80 Prozent, die nicht zu einer wohlhabenden Elite gehören, aufgelehnt haben gegen eine neoliberale Verfassung, die in großen Teilen noch aus der Zeit der Pinochet-Dittatur stammt, aufgelehnt haben, um diese jetzt, also sie sind gerade mitten in dem Prozess, eine neue Verfassung zu schreiben und das ist eben darauf zurückzuführen, dass damals, und ich war wirklich in den ersten Tagen dieses Aufstandes dann in Valparaeso im Rahmen dieses Festivals, um das dann zu dokumentieren. Es waren sehr, sehr eindrückliche Erlebnisse, weil es ja durchaus bürgerkriegsähnliche Zustände zumindest abends immer waren, wenn es dann zu den Ausschreitungen kam. Tagsüber gab es auch sehr viel friedlichen und sehr kreativen Prozesse, oft auch von feministischen Gruppen, die in dieser ganzen Revolution eine sehr, sehr starke Rolle gespielt haben, aber irgendwann gab es dann immer wieder die Frontbildung zwischen doch auch sehr gewaltbereiten, weil völlig verzweifelten Demonstranten und einer zum Teil faschistisch vorgehenden Polizei, also hier sieht man auch ganz deutlich, wie der Polizist auf Augenhöhe, also sie haben keine scharfen Patronen benutzt, aber mit Gummigeschossen auf Augenhöhe den Demonstranten versuchen, die Augen auszuschießen, was zum großen Teil auch funktioniert hat, also da gab es tatsächlich auch mehrere Berichte von Amnesty International, die darüber gesprochen haben, dass diese Dinge absichtlich passiert sind. Nichtsdestotrotz haben die Leute weiter demonstriert, in Chile ist aufgrund der Verfassung, die sie dort haben oder dann jetzt hoffentlich bald hatten, mehr oder weniger alles privatisiert, Wohnen, Rente, Ausbildung, Strom und Wasser. Das Leben kostet mehr oder weniger so viel wie hier, ist aber, die Menschen verdienen aber ungefähr nur ein Drittel. Um ein Studium zu studieren, müssen die Leute Kredite aufnehmen, die sie ihr Leben lang teilweise länger, also eigentlich quasi nicht zurückzahlen können. Das heißt, sie sind zum Teil haben sie zwei bis drei Jobs, um überhaupt ihre Rechnung bezahlen zu können, während es eine ungefähr 10 bis 20 Prozentige Elite im Land gibt, die sich eben daran bereichert, die versucht, die Zustände so zu erhalten, wie sie sind und es über Jahrzehnte auch geschafft haben, bis es eben zu dieser absoluten Explosion im Herbst 2019 gekommen ist, von dem ich so die ersten paar Tage habe dokumentieren dürfen, dank des Festivals. Das ist jetzt einer, der vielleicht auch mitbekommen, dass man das dort sehr beliebt war, dass man auf Töpfe geklopft hat und auf diesen Topf wurde jetzt eben schon seit fünf Tagen so drauf gekloppt, dass das völlig deformiert ist. Das Festival, an dem Festival haben insgesamt so 80 bis 100 FotografInnen teilgenommen und wir waren alle zusammen in den Straßen unterwegs. Am Ende ist auch eine gemeinsame Zeitschrift entstanden, die wir noch zu der Festivalzeit wieder in den Straßen verteilt haben. Auf dem Bild sieht man jetzt zum Beispiel ein Auto, das auf beiden Seiten Tränengas aussprüht. Also die Massen an Tränengas, die ich in diesen Tagen erlebt habe, ist nicht vergleichbar, was ich jemals auf einer Demonstration in Europa erlebt habe. Es war zum Teil so, dass am nächsten Morgen, wenn die Straßenfeger kamen, also ich wusste das gar nicht, dass Tränengas sich irgendwann auf den Boden absetzt, wenn die Straßenfeger dann kamen, haben die dann das ganze Zeug wieder aufgewirbelt, sodass man am nächsten Morgen schon wieder tränende Augen und einen brennenden Rachen hatte. Und es sind eben Menschen, die eigentlich auch auf eine Art und Weise um ihre Heimat kämpfen und zwar einmal um die geografische, um ihr Land, aber auch auf eine Art und Weise um die innere Heimat, die ihnen von einer neoliberalen und korrupten Elite genommen wurde. Und eben mit diesem Bild will ich aufhören, weil ich glaube, dass das einen Konflikt zeigt, der durchaus auch in den nächsten Jahren für uns alle und vielleicht auch durch Corona verschärft sehr aktuell sein wird. Vielen Dank. Vielen Dank.